Herzlich Willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Herzlich Willkommen. Es freut mich sehr, dass du diesen Berufspodcast Top Jobs im Wandel abonniert hast und heute wieder reinhörst. Heute habe ich wieder eine Solo-Folge und es soll darum gehen, sich selber wieder mal zu reflektieren. Wir sind immer noch auf der Laufbahn, der beruflichen Laufbahn und da ist es glaube ich noch recht geschickt, wenn man ab und zu mal innehält, wenn man so schön sagt und sich mal fragt, wo stehe ich denn da? Und ich möchte heute über den sogenannten Inselcheck mal sprechen. Der Inselcheck, deswegen, weil ich hier von drei Inseln ausgehe und es ist ein ganz, ganz einfaches Modell. Das habe ich immer wieder auch in meinem Team oder mit Mitarbeitern oder auch jetzt zum Teil bei Workshops, bringe ich das immer wieder mal und ich finde, das kommt noch recht gut an. Und ich habe mir gedacht, vielleicht wäre das auch etwas für dich, wo du mal für dich mal reflektieren kannst und überlegen kannst, wie sieht es denn mit deinen Inseln aus? Und jetzt müssen wir natürlich dann sagen, was sind denn das für Inseln und was geht es denn da eigentlich? Und es geht um Folgendes. Es geht eigentlich darum, dass du dir mal Gedanken machen sollst über deine wichtigen Lebensbereiche. Und man kann natürlich ganz viele verschiedene Bereiche aufteilen, aber mir persönlich ist immer wichtig und ich möchte immer ganz einfache und einfach nachzuvollziehende Gedanken haben, die auch gut umsetzbar sind, auch in der Praxis. Es ist eine ganz einfache Sache und zwar, es geht hier um drei verschiedene Bereiche. Der eine, man kann ja Insel sagen oder eben Bereich, was auch immer. Der erste ist mal so die sogenannte Ich-Insel, also das heißt, das bist du selber, das sind die Sachen, die dir wichtig sind, wo du quasi sehr unter Anführungszeichen egoistisch einfach mal auf dich schaust, schaust, dass es dir einfach gut geht. Das ist die sogenannte Ich-Insel. Dann hast du natürlich auch noch die nächste Insel oder der nächste Bereich, da geht es dann um das Thema soziale Beziehungen, das heißt, das soziale Umfeld, das Miteinander in der Familie, mit Freunden, Bekannten etc. Und dann haben wir noch eine ganz wichtige Insel oder einen Bereich und das ist die sogenannte Job-Insel. Das heißt, da ist der ganze Motor, der wirtschaftliche Motor sozusagen dahinter, da geht es dann um das Geld verdienen, das heißt, um die Existenz zu sichern. Wenn ich jetzt bei mir mal zurückschaue und diese drei Bereiche, das heißt, diese Ich-Insel, das soziale Umfeld und auch natürlich die Job-Insel anschauen. Da gab es bei mir auch in meiner Karriere, gab es Zeiten, wo dann ganz starkes Ungleichgewicht da war. Also es war tatsächlich so, über lange Jahre, darf ich sagen, dass diese, ich fange jetzt mal bei der Größten an, was wird die wohl sein? Ganz klar bei mir definitiv die Job-Insel. Das heißt, der Job war einfach alles, die Arbeit war alles, weil ich habe ja studiert und wollte natürlich da entsprechend erfolgreich sein, wollte natürlich dann wirklich auch Vollgas geben und mich auch empfehlen, wirklich immer vorne sein, sichtbar sein. Und das hat natürlich auch bedeutet, dass ich hier entsprechend viel Engagement reingesteckt hatte. Das heißt, dieser Bereich des Jobs hat unglaublich viel Platz eingenommen in meinem Leben. Also Platz kann man auch vielleicht auch mit Zeit vergleichen. Das ist wirklich sehr, sehr aufwendig gewesen. Wenn ich nur zurückdenke an die Zeit, wo ich im Verkauf war, also als Verkaufsberater selber, als Verkaufsleiter oder wo ich das Business Development gemacht habe oder Verkaufsingenieur war damals in Frankreich. Das war direkt nach dem Studium, aber auch dann bei Hilti im Verkauf. Das waren dann sehr, sehr lange Tage. Also es waren Tage, wo ich dann irgendwie um fünf aufgestanden bin, sechs spätestens schon losgefahren bin und abends dann vielleicht um neun, halb zehn nach Hause gekommen bin und dann immer noch im Büro was gemacht habe, was meine heutige Ex-Frau, glaube ich, nicht ganz so gut fand. Heute im Nachhinein muss ich sagen, das war wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben. und gleichzeitig war es vielleicht auch wichtig, um tatsächlich eben vorne zu sein und nicht irgendwo nur im Mittelfeld, sondern wirklich auch einen Tick besser zu sein, weil ich natürlich auch viel, viel mehr gemacht habe. Das muss man schon auch dazu sagen. Also die Jobinsel, wenn man so will, also dieser Jobbereich war da extrem stark ausgeprägt. Dann, wenn ich das soziale Umfeld anschaue, dann klar, da waren natürlich schon meine Kinder da, zumindest die beiden Großen, der Kleine ist ja dann, heute ist der, also physisch gesehen der Größte, aber der Jüngste sozusagen ist ja dann 2001 gekommen und dann, ja, also eben die Kinder waren auf jeden Fall immer wichtig und gleichzeitig hatte ich natürlich auch nicht die Zeit, die vielleicht ein anderer Familienvater hat, um mit den Kindern dann ausgiebig zu spielen und Hausaufgaben zu machen und gemeinsam zu essen und sowas. Das war bei mir alles so gar nicht möglich, sondern ich habe halt dann höchstens noch eine Gute-Nacht-Geschichte erzählt, wenn ich dann frühzeitig noch zu Hause war. Mehr war da schlicht nicht drin. Das heißt, Kinder ja, meine eben damalige Frau ist wahrscheinlich auch viel zu kurz gekommen, fand es auch nicht so lustig, weil es am Wochenende völlig fix und fertig war natürlich, weil die ganze Woche unterwegs war, hat natürlich auch erwartet, dass man da ein bisschen mehr macht, aber dann auch noch Freunde treffen, war ganz schwierig. Also das war wirklich für mich nicht ganz so leicht, weil ich war wirklich ein Stück weit auch, ja, aus heutiger Sicht sicher auch ausgelaugt, weil ich extrem viel gemacht habe, das ist schon so. Und auch andere, also Bekannte zu treffen, einfach mal etwas Lockeres zu machen mit Freunden, auch mal Golfen zu gehen oder mal Fahrrad fahren oder was auch immer, das ist sich einfach nicht ausgegangen. Das ging dann in der Form einfach gar nicht. Jetzt kann man sich schon vorstellen, dass die letzte Insel, also die Ich-Insel, also wirklich etwas nur für sich selber zu machen, was nur für mich damals wichtig gewesen wäre, und das ist vielleicht auch einfach nur mal ein Buch lesen und sich Zeit nehmen oder mal einen Spaziergang zu machen, nur bei sich zu sein, das habe ich nicht gemacht. Ging schlicht überhaupt nicht. Ich habe damals auch das Bewusstsein auch überhaupt nicht gehabt und habe mir da die Zeit für mich definitiv nicht genommen. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, wenn hier dieses Ungleichgewicht entsteht, also wenn wir wirklich sagen, wir haben hier diesen Jobbereich, wenn der so übermächtig ist, also wenn diese, wenn ich sage mal 16, 18 Stunden nur dafür praktisch aufgewendet werden am Tag, das ist schon über eine gewisse Zeit okay, aber längere Zeit sicherlich wahrscheinlich ungünstig, sage ich mal. Ja, sicher eher ungünstig und das war damals sicher auch nicht optimal, weil mir ganz viele Sachen, andere Sachen natürlich völlig durch die Lappen sind. Das heißt auch die Beziehung ist dann schwierig, denn auch die Beziehung zu den Kindern, Beziehung zu den Freunden und Bekannten ist dann sicherlich auch schwierig. Weil es konzentriert sich dann tatsächlich alles nur unter Anführungszeichen nur in und um die Arbeit. Ich denke, wenn dieses Ungleichgewicht entsteht und man sich nicht bewusst ist darüber, dann ist es nicht okay. Man kann sich bewusst sein und sagen, okay, eine gewisse Zeit lang nehme ich das in Kauf, weil ich hier entsprechend engagiert sein will. Das kann genauso auch engagiert sein für die Ich-Insel. Das heißt, man muss sich wirklich Zeit für sich selber nehmen. Auch das kann eine Zeit lang okay sein oder wirklich mal bewusst mehr auf die Karte soziales Umfeld auch zu setzen. Kann auch okay sein, auch da mal bewusst ein bisschen mehr zu machen und weniger im Job und weniger für sich, nur für sich, wobei soziale Umfeld auch immer etwas für sich ist. Und das kann okay sein. Aber ich glaube, sobald dieses Unbewusste dahinter kommt oder da ist und man nicht mehr eben bewusst sagt, okay, ich nehme jetzt bewusst Zeit für den einen oder anderen Bereich und dann wird es, glaube ich, gefährlich. Dann wird es kritisch. Und mein Tipp ist jetzt auch an dich, mal dich zu hinterfragen oder mal zu schauen, wie sieht es denn bei dir aus? Ist der Job so, dass du sagst, da, wo ich bin, will ich sein? Das sagt der Jens Korsen, sagt er sehr wunderbar. In seiner Ausbildung, in seinen Referaten beim Selbstentwickler kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Jens Korsen, der Selbstentwickler, könnt ihr mal im YouTube mal schauen oder er hat seine Seite oder mal hier in Zürich kommt er auch immer wieder oder auch in Deutschland ist er sehr oft, tritt er auf, kann ich wirklich empfehlen. Also er sagt ja auch, da, wo ich bin, will ich sein. Also voll und ganz da zu sein und nicht irgendwie gedanklich wieder woanders. Und wenn man da voll und ganz da ist, wo man sein will, glaube ich, dann ist schon mal vieles in einer guten Richtung. Dann passt das schon mal ganz gut. Ja, und voll und ganz da zu sein, heißt voll und ganz im Job zu sein, an der Arbeit. Und wenn man dann auch wirklich draußen ist und sich Zeit nimmt für seine Freunde oder für seine Kinder oder für seine Frau oder für seinen Partner, je nachdem, dass man da auch voll und ganz ist. Und wenn man dann sagt, jetzt brauche ich Zeit für mich, dann auch diese Zeit auch wieder ganz voll und ganz zu machen. Also wirklich da, wo ich bin, will ich sein. Ich glaube, wenn man das macht, sehr, sehr bewusst und jeder Bereich, das heißt die Jobinsel seinen Platz hat, die private Insel im Sinne von ich selber und natürlich auch das soziale Umfeld. Wenn alles seinen Platz hat, seine Berechtigung hat, seine Widmung hat sozusagen, dann meine ich, dann passt es recht gut. Also dann sind wir ganz gut unterwegs und dann sind wir im Gleichgewicht, dann haben wir den Frieden sozusagen auch in uns, dann sollte es doch recht gut klappen. Und da gibt es natürlich Variationen, dass man auch die ganze Spiritualität und alles mit reinbringt. Das will ich jetzt aber hier nicht zu kompliziert machen. Einfach nochmal ganz, ganz einfach zu halten, dieses Modell mit diesen drei Bereichen, mit Job, mit dem sozialen Umfeld und mit mir selber. Schau einfach, ist das bei dir im Gleichgewicht? Wenn ja, Haken dran, wunderbar. Wenn nein, bist du dir dessen bewusst und es ist jetzt einfach eine gewisse Zeit, ist das auch okay. Aber wenn du dann auf einmal fast ein bisschen erschreckst und sagst, ja stimmt, ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr für mich selber oder für meine Kinder oder für meine Familie oder für meine Freunde, dann solltest du schon mal darüber nachdenken, das Ganze noch ein bisschen anders aufzubauen oder anders zu organisieren. Weil ich sage dir, das ist nicht günstig. Wie der Jens Korsner immer so schön sagt, es ist eher ungünstig. So, das war ein kleiner Gedanke wieder für dich im Sinne von, pass auf dich auf, auch für deine berufliche Laufbahn. Ich glaube, es ist wichtig, dass du dich gut entwickelst, dass du dabei bleibst, dass du aktiv bleibst, dass du dir immer wieder Gedanken machst, wo stehe ich, was kann ich machen, wie kann ich mich weiterentwickeln. Und wichtig ist, dass du dir selber mal in diesem Gleichgewicht bist. Und ich glaube, dass dieses ganz einfache Modell vielleicht noch ganz hilfreich ist für dich. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz wunderbaren Tag oder Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast jetzt gerade hörst. Alles Gute. Und wie gesagt, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, melde dich einfach. Ich freue mich dann immer sehr über deinen Anruf oder deine Kontaktaufnahme. In diesem Sinne, bis bald. Alles Gute. Servus. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.